So, jetzt sind wir in unserem Domizil in Puerto Maldonado, das ist unser Bungalow. Dann bleiben jetzt da eine oder zwei Nächte, Gott sei Dank mit Ventilator, obwohl es gibt keine Fenster, nur Moskitonetze, das Bad. So, das ist jetzt dann unser Bungalow von außen. Aber wohlbemerkt, das ist jetzt nicht im Dschungel, sondern das ist in der Provinzstadt. So. 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 So.